Nächster Trend, ich kann nicht mitmachen hier, habe ich verpasst. Nee, du barfuß unterwegs, aber ich sehe jetzt immer mehr Männer mit weißen Socken. Das war ja mal so ein absolutes No-Go, weiße Socken bei Männern in Sandalen oder in Turnschuhen und dann am besten noch so Hochwasserhosen. Wenn du jetzt durch Mitte läufst, super trendy. Siehst du auf jeden Fall. Weiße Socken rocken. Hier in Köln dauert es nicht lange, bis wir die ersten Fans der Strümpfe finden. Eine ganze Familie untenrum in Weiß. Warum tragen wir weiße Socken? Weiße Socken sind innen, muss man sagen. Das muss überall sein, auch in Seattle, wo wir von sind. Von Köln bis in die USA, weiße Socken sind halt... White Socks are cool. Und ist? Bequem und nicht cool, deswegen trage ich es nicht. Eben, es ist bequem. Und die weiße Socke ist hier viel mehr. Ein richtiges Gefühl. Es ist total weich, auf jeden Fall. Der Socke ist weich, super angenehm, ja. Und das gerade auch im Sommer. Entschuldigung. Auch im Sommerfeeling? Ja, auf jeden Fall. Schön, eine Abkühlung, oder? Total geil. Dieser Look ist einfach absolut in. Doch warum? Das wollen wir heute von der Kölner Mode-Expertin Lena Terlutter genauer wissen. Früher war es natürlich so ein bisschen so, oh Gott, weiße Socken, deutscher Tourist. Mittlerweile hat es sich schon so ein bisschen wieder zum Trend mutiert, war ja schon mal da und kommt immer wieder, wie es eigentlich bei jedem Trend auch ist. Doch wie darf ich die Socken jetzt kombinieren? Sind auch Latschen dazu okay? Ich würde schon aufpassen, wenn man die Socken kombiniert, dass das das einzige auffällige Merkmal ist, was man trägt, weil ansonsten kann es schon so ein klein bisschen verkleidet wirken oder ein bisschen wie Karneval aussehen. Und prompt treffen wir die erste Trend-Gegnerin. Das sieht gar nicht schön aus. Also ich finde das, nee, auch aus den Schuhen, das sieht einfach Gümel aus. Wie sieht das aus? Gümel. Einfach G-was? Gümel. Gümel. Das lassen wir mal so stehen. Doch die meisten haut es hier in Köln voll von den, äh, Indie-Socken. Und wir drei sagen ganz klar, ja zu weißen Socken. So ist es. Wir sind Trendsetter. Weiße Socken. Rocken. Weiße Socken.